Applaus Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Grischer, mal ganz ruhig und ganz sachte, in aller Sachlichkeit, und wir diskutieren ja gerade über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, und da sollte man nicht am Beginn des Verfahrens mit irgendwelchen Unterstellungen oder Vorverurteilungen arbeiten oder über organisierte Staatsversagen reden, sondern da sollte man genau das, worum es Ihnen ja angeblich geht, ernst nehmen. Ruhig, sachlich, lückenlos aufklären. Und ich glaube, wenn wir uns auf das verständigen können, dann würden auch Sie der Sache einen Dienst erweisen, denn das, was Sie jetzt gerade wieder geboten haben, war leider ein Beispiel der Unsachlichkeit. Applaus Ich glaube auch, dass wir uns alle einig sind, dass bewusste Manipulationen an Fahrzeugen, Abgaswerten zu verurteilen sind, dass wir uns alle einig sind, dass wir lückenlos aufklären wollen und müssen und schon vieles aufgeklärt haben und dass die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Das ist ein ganz normales rechtsstaatliches Verhalten, und dafür zeichnet sich dieser Staat, lieber Kollege Grischer, und auch dieses Parlament im Zweifel immer noch aus. Applaus Und genau mit dieser Aufklärung hat auch unser Bundesminister Alexander Dobrindt begonnen, Als die ersten Vorwürfe kamen gegen VW, zur sachlichen, lückenlosen Aufklärung, zur gründlichen Aufklärung eine Untersuchungskommission eingesetzt. Und diese Untersuchungskommission hat ja, wie der Bericht zeigt, nicht nur ein bisschen oberflächlich, lieber Kollege, wie Sie so schön behauptet haben, sondern, wenn man die Anzahl auch der überprüften Fahrzeuge, Fahrzeugtypen und so weiter anschaut, doch in einer Tiefe die Sache unter die Lupe genommen. Und es hat ja auch erste Konsequenzen gegeben. Und nachdem wir auch ansonsten immer der Meinung sind, dass solche Dinge sachlich und gründlich gemacht werden müssen, ist auch Ihr Vorwurf, dass das ein paar Tage oder Wochen gedauert hat, so wohl nicht aufrechtzuerhalten. Verpflichtende Rückrufe, Überprüfungen durch das KBA, über das KBA, die Frage der Thermofenster, die Frage der Thermofenster technisch oder juristisch zu beurteilen, lieber Kollege Hofreiter, genau diese Aufregung nützt doch jetzt nichts. Bleiben Sie doch einfach mal ruhig. Am Ende einer solchen Debatte vor Pfingsten lassen Sie ein bisschen den Geist schon auf sich wirken, und dann werden wir das in aller Ruhe hinbekommen. Wir setzen weiter auf die Maßnahmen und auf das, was wir schon begonnen haben. Das ist eben eine Unterstellung, lieber Kollege Hofreiter, das ist eine Unterstellung. Und wenn wir etwas aufklären wollen, noch mal, dann macht man und beginnt man nicht mit Unterstellungen, sondern dann wird man das in aller Akribie auch tun. Und Sie sollten jetzt hier nicht den heutigen Tag und die heutige Debatte, in der es lediglich um die Einsetzung und Überweisung für einen Untersuchungsausschuss geht, wieder zum Klamauk verkommen lassen. Das wäre schade und der Sache einfach nicht angemessen. Es muss natürlich geklärt werden, was verboten ist und mit welchen Abschalteinrichtungen man zulässigerweise gearbeitet hat. Ich weise auch noch mal darauf hin, dass das KBA bereits angewiesen ist, sogenannte Doping-Tests durchzuführen. Dann werden wir ja darüber sprechen. Dann haben wir ja dann alle Zeit, das im Detail zu klären, wenn Sie damit nicht einverstanden sind. Aufbau staatlicher Prüfstände. Wir haben natürlich die Frage, was europarechtlich getan worden ist und noch zu tun ist. Es geht natürlich um die Aussagekraft von Emissionstests. Aber wir wissen ja, und zwar alle, die wir hier sitzen, wenn wir uns jetzt mal vom Schaufenster entfernen, über welche Tatbestände wir uns im Detail hier unterhalten wollen und werden. Und es geht um eines, und da hat der Untersuchungsausschuss, den ich sonst aufgrund der guten Arbeit der Untersuchungskommission nicht zwingend nachvollziehen kann. Aber da haben wir eine Chance, und da besteht auch eine Chance, nämlich Vertrauen zurückzugewinnen, dass die Automobilindustrie, nicht wir, lieber Kollege Krischer, wir konstruieren Autos nicht. So wie jeder andere Bürger kaufen wir die Autos und verlassen uns darauf, dass diese Autos bester Qualität sind. Und dann werden wir diesen Untersuchungsausschuss nutzen, um dieses Vertrauen aufzuklären, um dieses Vertrauen wieder zu stärken. Denn die Herkulesarbeit, die erste Herkulesarbeit, wurde doch in dem Bericht bereits erledigt. Schauen Sie sich noch mal, wie ich schon gesagt habe, die Vielzahl der untersuchten Fahrzeuge an. Und dann müssen wir uns aber auch als Parlament über eines im Klaren sein, wenn wir nach Konsequenzen und nach Rechenschaft rufen. Es ist nicht Sache des Parlaments und eines Untersuchungsausschusses, Verantwortliche letztlich strafrechtlich zur Rechenschaft zu führen. Sondern, ich sage das nur, wenn Sie mal so in die Presse schauen, da wird ja manchmal einiges vermengt. Das, ja, ich sage das hier ganz direkt, weil die ein oder andere Sache kommt ja nicht von ungefähr. Da müssen wir schon ganz klar sagen, dort, wo die Staatsanwaltschaft ihre Aufgabe zu erfüllen hat, haben wir volles Vertrauen in unseren Rechtsstaat und in die Staatsanwaltschaft und in die Verfolgungsbehörden. Die sind nämlich dann auch gefordert. All diese Dinge, neben den vielleicht auch aufkommenden Fragen der Rolle von Landesregierungen, lieber Kollege Krischer, in Niedersachsen, all das können wir ja, wenn der Untersuchungsausschuss eingesetzt werden wird und sollte diskutieren. Ich denke, wir sollten diesen Ausschuss, das ist das gute Recht der Opposition, wir sollten diesen Ausschuss sachlich nutzen, um aufzuklären. Und ich kann Sie auch im Hinblick auf diese Rede gerade eben nur bitten. Ich sage es ganz offen, bitten. Ich fordere Sie nicht mal auf, ich bitte Sie, Herr Kollege Krischer, Missbrauchen Sie demokratische Rechte nicht zum Klamauk. Machen wir unsere sachliche Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Kollege Herbert Behrens, Fraktion Die Linke.